Ich lese jetzt zwei Kapitel aus meinem Buch Fruchtfliegend am Tör. Die beiden Kapitel sind ungefähr so in der Mitte des Buches und schließen nicht direkt aneinander an, aber so als Eindruck. Praxisorientiert. Ich hätte mein Leben gerne so in Ordnung wie Menschen, die sich im Radio Lieder wünschen, die sowieso den ganzen Tag im Programm laufen. Menschen, die den Backofen vorheizen. Menschen, die ein Ikea-Regal aufgebaut bekommen, ohne dass am Ende Schrauben übrig geblieben sind, die nicht als Reserve gedacht waren. Menschen, die einen leeren Kugelschreiber endlich in den Müll werfen und nicht immer wieder zurück zu den noch funktionierenden Stiften legen. Diese Menschen haben Struktur. Sie wissen aus dem Stehgreif, welche Kalenderwoche wir haben und kennen die Anzahl der Tage eines Monats, ohne vorher an ihren Handknöcheln abzählen zu müssen. Sie haben einen Plan und erleben auf alles vorbereitet, keine bösen Überraschungen. Niemals würden diese Menschen einen Arzttermin verschwitzen und sich bereits eine Stunde zu spät von der Arzthelferin zusammenfalten lassen und anhören müssen, dass der Herr Doktor lange genug gewartet hätte, dass er auch noch andere Patienten habe und dass man jetzt gefälligst im Wartezimmer Platz nehmen solle. Sie werden mich dann aufrufen. So gemütlich, nett und fast väterlich wie Dr. Haberkorn ist, so bärbeißig und garstig ist seine Sprechstundenhilfe. Frau Krasnitschek. Ein Name wie eine schwere Bronchitis. Haare auf den Zähnen, Ende 40, stark übergewichtig und frisurentechnisch längst von jemandem gefallen wollen, zur Hauptsache praktisch übergegangen. Menschen sind ihr ein Dorn im Auge. Vor allem, wenn diese etwas von ihr brauchen oder wenn sie etwas falsch gemacht haben. Sie ist der Wartezimmer-Sheriff mit einem Namensschild aus Plastik als Sheriffstern. Was sie sagt, das ist Gesetz. Sie hat die Macht, Hausrecht und die Gästeliste. Sie kostet es buchstäblich aus, dass sie mich zu Recht zur Schnecke machen kann. Vielleicht wäre sie gütiger, wenn ich privatversichert und quasi Krankenkassen-VIP mit goldener Membercard wäre. Leider bin ich das nicht, sondern nur gesetzlich, was Frau Krasnitschek nach einem Blick in ihren Computer mit einem verächtlichen »Ach so, Künstler! Na, da meinen Sie ja wohl schon von Berufs wegen, Sie müssten sich nicht an Termine halten, was?« Quittiert. Es ist stickig. Ein antiker, surrender Standventilator schiebt die warme Luft im Raum von rechts nach links. So effektiv wie ein Heizlüfter in der finnischen Sauna. Durch die staubigen Fenster, die sich nicht mehr als einen winzigen Spalt öffnen lassen, bricht sich die glühende Mittagssonne. An den speckigen Wänden hängen Poster, die den weiblichen Menschen im Querschnitt und detaillierte Fotografien verschiedener allergischer Hautreaktionen zeigen. Daneben ein kitschig gezeichnetes Bild von einem Segelboot im Sonnenuntergang. Auf einem braunen Spannholztisch in der Mitte des kleinen Raumes liegen Zeitschriften aus dem Lesezirkel. Keine neuer als vom Winter letzten Jahres. Gala, bunte Spiegel, Fokus, das Geomagazin entdecke ich nicht. Geomagazin entdecke ich nicht.